Ich gehe noch mal live. Ich gebe noch mal alles. Das ist meine alte Station. Hier ist die Aufnahme. Hier habe ich mich befunden. Das ist eigentlich eine offene Station, aber ich war geschlossen hier runtergebracht. Das hier ist der Tempel der Lusthaus 30. Das ist ein Krankenhaus. Das ist kein Krankenhaus. Das ist hier ein Albtraum. So weiter geht's. Wir filmen. Hier werden Patienten falsch behandelt. Hier werden Diagnosen gestellt, ohne zu behandeln. Warum? Warum? Das weiß nur das leitende Personal. Und die Jenny. Aber wer bin ich schon? Ich bin niemand. Nur ein Opfer dieser Ärztin. Frau Dr. Bohnsack, auch genannt. Hier war früher Hitler. LVR-König war Hitler. Hier sind überall Judensterne. Steine. Vorsicht, ich muss hier durch. Hier ist kein Gehweg. Das ist eine Straße. Hier, ich zeige euch das nur mal. War ich jeden Tag beten. Ich hatte ja auch nichts. Also wenn ich raus durfte, ich durfte nicht raus. So. Jetzt zeige ich euch das mal eben. Das hier ist nicht nur eine Kirche. Das ist noch viel mehr. Es ist nicht nur eine Kirche hier. Ja, es ist nicht nur die Klinik. Guckt euch das mal an. Was damals hier passiert ist, ja. Es steht hier. Es steht hier alles geschrieben. Diese Sprüche, das war der Tod für so viele psychisch kranke Menschen. Damals zu Adolf Hitlers Zeiten. Aber was ist jetzt nicht besser an der LVR-Klinik zu Hitler? Das erfahrt ihr zu einem anderen Zeitpunkt. Und dann sehen wir euch das mal. Vielen Dank.